Ich finde das Kindermaskenfest super, ich finde das so toll, dass so viele junge Leute Herzlich Willkommen liebe Nacken, Groß und Kleine zu unserem Kindermaskenfest Das ist mir ganz besonders gut und ansonsten freue ich mich, dass die Lotto-Stiftung rein Das macht mir einen Riesenspaß und gerade heute war einer unserer Enkel da oben Das ist schön, weil man kann halt viel machen und man kann wenn da dann der Torwand schießen Das ist halt toll Ja Das ist schön, dass die Lotto-Stiftung rein 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 Willkommen liebe Narren, Groß und Kleine zu unserem Kindermaskenfest in der Kampagne 2017 Seit vielen Jahren darf ich ja auch schon hier immer mit dabei sein Ich freue mich auch in diesem Jahr wieder hier mit aktiv dabei sein zu können Und vor allem erwartet euch und sie heute wieder ein tolles abwechslungsreiches Programm Spiel, Spaß und Spannung Für jeden ist was geboten, für die ganz Kleinen, für die mittleren Kleinen und auch für die Großen Ich wünsche viel Spaß für heute Hello Hello Hi 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 Woo Okay, komm, 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 komm! Hast du eine Karte? Ich bin in der Zeitung. Ich bin in der Zeitung. Bei der ... Ne, da war ich ja nicht da. War das von dieses Jahr die Bilder? Ja! Da war ich mir jetzt nicht sicher. Sonja hat mir nur erzählt mit den Kindern. Ja, oder? Hallo! 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 Noch mal lachen! 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 Hallo! 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 Heute steht alles unter dem Rotosport. Heute steht alles unter dem Rotosport. Heute steht alles unter dem Rotosport. Dann gefällt es mir ganz besonders gut. Und ansonsten freue ich mich, dass die Lotto-Stiftung, Rheinland-Pfalz-Stiftung, für die viele soziale Gruppen im Kindermaskenfest dabei sein dürfen. Und ich hoffe, die Kinder werden sehr viel Spaß haben. Und euch eine gute Kampagne. Und es macht immer wieder Spaß, hierher zu kommen. Die Freude der Kinder zu sehen, das Lächeln und das Lachen, das wollen wir mit unserer Aktion Kinderglück bei der Lotto-Stiftung. Ja, wir rechnen hier immer mit 10% von. Sehr gut! Los! Das ist ja fertig gefühlt, oder? Genau! Das ist das Kampfort! Das ist das Kampagne. Und wir zeigen jetzt mal die Steine-Stiftung. Das ist ja hier Unterfüllen. Und es ist ja schon sehr, sehr cool. Und das ist ja nicht so großartig. Es ist ja ganz schön großartig. Das ist ja das Kampagne. Hallo! Oh! Herzlich Willkommen zum Klimafik 2017 von ÖZEV. Seid ihr alle bereit? Geht besser, ja? Kinder, wir verlassen uns auf euch, wie jedes Jahr, und wir wissen, ihr könnt das viel besser und viel lauten. Seid ihr bereit? Ja! Ja! Genau! Ja, Thomas, was haben wir denn heute alles? Ach, wie sie es so haben, wie sie es ist, sie ist die einzelnen Mächte, sie sind auch überhaupt maus und interessant, wartet noch hinter der Bühne, unser Kind ist der 1. Der erste ist da. Herzlich Willkommen auch hier zu deinem... Da hast du bestimmt ein paar Worte mitgebracht. Erlaub ihr Narben, groß und klein, ich freue mich heute hier zu sein. Zur Feier und zur Fasener, die uns allen Freude macht. Freut euch auf das bunte Treiben? Allein soll heute keiner bleiben. Und ich freue mich, ihr wer es verstehen, kann ich auf meiner Lokbein stehen. Beim Jugend passen zu, das ist klar, sehen wir uns wieder wie im letzten Jahr. Ab jetzt viel Spaß bei der bunten Schau. Euer Fritz Benjamin mit. Hell out! 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 Ja super! Das macht mir einen riesen Spaß und gerade heute, wo einer unserer Enkel da oben auf der Bühne gestanden hat und als Suchplagettchen, das hat er super gemacht. Das hat uns natürlich riesig gefreut. Und ohne Hänge zu bleiben, das muss ich mir überlegen. Und der Text war ja sehr lang. Also jedenfalls, das Kindermaskefest ist schon ganz, ganz toll. Und wenn man hier die viele fröhliche Gesichter sieht, die viele Enkel, die Eltern, die mit dabei sind, es macht einfach Spaß, es macht Freude. Wunderbar! Hell out! Hell out! Alles Gute weiterhin! Vielen Spaß! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!